So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich war gerade am machen, ne, dann sehe ich plötzlich hier, was, schon wieder neues Update, ne, schon wieder neues Event angekündigt, aber stimmt, denn das Farbfestival startet ja nächste Woche. Nächste Woche, also ich glaube in dem Zeitpunkt, wo dann auch Boreos als Tiergeist in die Raids kommen, das wussten wir schon, dass das Farbfestival kommt, wussten wir eigentlich auch, das Datum, Uhrzeit, wussten wir auch alles. Wir wussten aber noch nicht, was uns beim Farbfestival erwartet, jetzt gibt es News zum Farbfestival, mal gucken, was es da Tolles gibt, welche Raidboss es gibt, welche Pokémon, was neu da ist, was auch nicht. Wir sehen hier schon was äußerst spektakuläres, auf jeden Fall steht da spektakulär, Choreogl, Choreogl, Choreogl gibt beim Farbfestival ein spektakuläres Debüt in Pokémon GO. So, Trainer, in diesem Jahr gibt es ein brandneues, weltweites Event anlässlich des Farbfestivals. Wir hoffen, dass Trainer auf aller Welt sich an den farbenfrohen Pokémon erfreuen, die während des Events erscheinen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal farbenfroh. Ihr habt hier so rot, ihr habt hier so gelb, ihr habt hier wieder rot und dann habt ihr hier so, wir nennen es mal vorsichtig, blau. Und was es noch für tolle farbenfrohe Pokémon gibt, ihr werdet staunen, aber erstmal, was ist das? Choreogl, schon wieder regional. Da werden jetzt einige wieder ärgerlich sein, andere wird sagen, hey cool, können wir gleich wieder verlosen, ne? Und, joa, kenn ich nicht. Kennt ihr bestimmt, feiert ihr bestimmt, welche Form findet ihr cool? Ich glaube, ich mag die vierte blaue, die sieht so gechillt aus irgendwie. Obwohl eigentlich ist die erste, die rote, feurige, die ist die beste Form. Um welche Form feiert ihr? Schreibt's mal rein. Weltweites Event zum Farbfestival 22 vom Dienstag, den 15. März ab 10 Uhr, wo also auch der Raid Boss Wechsel ist, auf Voreos, bis zum Sonntag, den 20. März um 20 Uhr. Ist also eigentlich ein recht kleines Fest, von Dienstag bis Sonntag, das geht nicht mal eine Woche. Weltweite Event Boni, während des Events aktivierte Logmodule halten drei Stunden lang an. Macht während des Events täglich ein paar Schnappschüsse, eine Überraschung erwartet euch. Und dann ist da extra noch so eine Rosette dran. Und die Rosette bedeutet, mit Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Pokémon. Was wird da drin sein? Farbigelt schon wieder? Glaube ich nicht. Was gibt es sonst? Was aus der Photobomb kommen kann, aus den Schnappschüssen, was da dazu passen würde, was dann auch noch shiny sein kann? Das wird ja eine besondere Überraschung. Vielleicht ist mal wieder ein Rotom drin. Aber Rotom, shiny glaube ich nicht. Rotom, viele Formen, ja, ja, ja. Rotom, na, würde auch glaube ich gar nicht passen, oder? Irgendwas in den Schnappschüssen. Schnappschüsse, die ich jedes Mal vergesse. Aber diesmal ist es wichtig, wirklich Schnappschüsse zu machen. Da kann ein Shiny drin vorkommen. Glaubt ihr dem, was da steht, genau. Pokémon-Debüt. Bühnefrei für das Tanz-Pokémon Choreogl. Choreogl, dieses Pokémon ist eine wahre Augenweide, doch sein Äußeres variiert, je nachdem, wo ihr es gefangen habt. Flamengo-Stil, das ist das Erste, erscheint in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Also wir werden mit dem Roten Vogel hier beglückt. Der Shear-Lieding-Stil, das Gelbe, das Zweite, erscheint in Amerika. Der Hula-Stil erscheint auf afrikanischen, asiatischen, pazifischen und karibischen Inseln. Und der Bujo-Stil erscheint in der Region Asien-Pazifik. Also ihr werdet den Roten finden, andere werden das andere finden. Und wenn man wieder in der Safari-Zone ist oder in Go-Face vor Ort, kann man dann mit anderen Leuten aus anderen Ländern tauschen. So sollte das ja gedacht sein. Ist auf jeden Fall eine nette Sache. Es wird wieder eine Sammler-Herausforderung geben. Schließt die Sammler-Herausforderung ab, um Fortschritt bei der Top-Sammler-Medaille zu machen. 20.000 Erfahrungspunkte zu bekommen und 3.000 Staub. Und um einem Choreogl zu begegnen. Beziehungsweise je nachdem, wo ihr seid. Aber wir kriegen halt dann Choreogl hier im Flamengo-Stil. Joa, Sammler-Herausforderung. Jetzt die wilden Pokémon. Was ist da dabei? Wilde Pokémon während des Events. Ihr habt Traumato, ihr habt Sepas, Gorgler, Schneckmark, Schwalbini, Knacklion, Schellast, Glibungl, Datiri und eben Choreogl in seinen verschiedenen Formen. Je nachdem, wo ihr seid. Alles kann Shiny sein, von den Teilen, die auftritt, bis eben auf Choreogl, der halt neu ist. Traumato für viele vielleicht sicherlich cool. Für die GBL... Ähm... Boah, das war's wahrscheinlich schon. Knacklion ist ein Z-Day-Pokémon, Datiri ist ein Z-Day-Pokémon, Schellast ein Z-Day-Pokémon, aber trotzdem ein cooles Pokémon. Da vielleicht noch ein paar XL sammeln, wer das möchte. Ansonsten hauen mich die wilden Pokémon jetzt nicht so vom Sockel. Ich werde gucken, dass ich alle vier Formen in 100% vielleicht bekomme. Mit etwas Glück begegnet ihr folgenden Pokémon. Babbinella, Pudox und Marmolita. Kann man auch mitnehmen. Raid-Kämpfe. Das ist wichtig. Wir hatten heute erst eine heftige Diskussion. Dass wohl bei diversen Events Wuvwels dann weg ist. Aber ansonsten vielleicht ein bisschen da ist. Und ich habe gesagt, nö. Da ist so viel Platz. Das wird bestimmt drei Monate jetzt da bleiben. Raid-Kämpfe der Stufe 1. Pummelow. Flemly. Gekabor. Hydropi. Alles kann shiny sein. Und ich glaube, wir brauchen nichts davon. Aber dann kommt Wuffels. Es wird weiterhin also Wuffels-Raids geben. Aber ich glaube, die Leute haben sich mittlerweile schon ausgewuffelt. Alles kann shiny sein. Und hier, Hydropi ist eigentlich Sumpex. Richtig cooles Pokémon dann. Das ist für mich in meinen Augen das Nützlichste. Aber ich würde jetzt keine Hydropi-Raids machen. Wuffels weiterhin wahrscheinlich der interessanteste. Raid-Boss im Einer. Dann Dreier-Raids. Knogger. Und Alola-Knogger. Wobei Alola-Knogger shiny sein kann. Knogger nicht. Shanera-Shiny. Nachtara, was nicht shiny sein kann. Und Shadrago. Was ist eigentlich mit den Shadragos los? Sonst haben wir immer Shadrago-Raids für Zuschauer gemacht. Da haben sich die Leute mega gefreut. Jetzt war der da nicht mehr drin. Dann gab es keine mehr. Jetzt kommt der wieder zurück oder wie? Shadrago-Raids. Habt ihr noch Bock auf shiny Shadrago? Oder damit ihr Abwechslung zum Hund bekommt? Was ist mit Alola-Knogger? Seid ihr da schon fertig? Also ich brauche nichts davon. Ich habe alles. Ist aber eine coole Mischung. Also ich denke mal, Wuffels, Alola, Knogger und Shadrago wären drei Sachen, die interessant wären für euch. Ansonsten Borreos in der Tiergeist-Form. Will ich ja eigentlich machen. Schon am Dienstag, wenn der reinkommt vielleicht. Weil das ist das erste Mal, dass es die Tiergeist-Form als shiny gibt. Ich werde versuchen, Borreos Tiergeist-Form als 100% zu handeln, zu bekommen. Die anderen zwei Tiergeister habe ich als Hunderter. Die Tiergeist-Form von dem Grünen noch nicht. Also möchte ich das bitte auch als Hunderter bekommen. Mega-Rades hier. Mega-Schlappohr. Ja, das haut auch keinen vom Sockel. Wer es noch nicht entwickelt hat, kann ja mal ein, zwei Rades machen, dass er es einmal für den Mega-Decks entwickelt. Aber ansonsten ist das eigentlich auch wurscht. Also shiny Jäger sind gefragt. Hier Wuffels weiter hin. Alola, Knogger, Shadrago und Borreos Tiergeist-Form. Hauptaugenmerk bei uns wahrscheinlich trotzdem auf Borreos gelegt. Dann haben wir noch Pokémon bei den Feldforschungsaufgaben. Bisasam, Shigiglumanda, also die Stada von Kando. Alola, Slimer. Formeo. Sonnenformeo. Regenformeo. Schneeformeo. Burmi mit Pflanzenumhang, Sandumhang und Lumpenumhang. Stada, alles kann shiny sein. Bis das Sonnenformeo und das Schneeformeo, die nicht. Wobei das Normale und das Regenformeo shiny sein können. Mit etwas Glück begegnet ihr auch hier diesen Formen. Wisst ihr, da gibt es wieder viele Aufgaben für Mega-Energie, für Pisaflor, Glurak und Turdok. Neue Avatar-Artikel wird es auch geben. Da sind wir mal gespannt, was es Nettes gibt. Ansonsten ein recht überschaubares Fest mit, naja, wenig spektakulären Spawns, würde ich sagen. Reißen mich, wie gesagt, alle nicht vom Sockel. Ich werde die Formen als Hunderter mir versuchen zu ergattern. Und ansonsten Boreos auf shiny und Hunderterjagd gehen. Das ist eigentlich mein Ziel. Ansonsten brauche ich nichts. Was braucht ihr? Wie findet ihr das? Habt ihr Bock auf das neue Pokémon? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen bei Arceus. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.